Sehr geehrte Damen und Herren, Nachdem wir drei Jahre lang einen kulturellen Kampf geführt haben, zahlreiche Veranstaltungen organisiert haben und auch in Publikationen öfters erwähnt wurden, selbst genügend Videos und Artikel geschrieben haben und dies auch von den österreichischen Massenmedien teilweise aufgegriffen wurde, bitten wir zum ersten Mal um Ihre Unterstützung. Wir möchten unsere Tätigkeit auf ein neues Niveau heben und weiterhin zur Rechristianisierung unserer Heimat und zur Förderung des österreichischen Dialogs beitragen. Wir haben zu diesem Zweck ein eigenes Konto eröffnet, das jeden die Möglichkeit geben kann, uns finanziell zu unterstützen. Nach drei Jahren haben wir wirklich bewiesen, dass wir sehr dankbar für jede Hilfe sind und dass wir auch vertrauenswürdig mit der Unterstützung umgehen können. Ich möchte im Voraus allen danken, die uns mit verschiedenen Möglichkeiten geholfen haben und bitte weiterhin um Ihre Unterstützung. Wir möchten in erster Linie den Menschen die Möglichkeit geben, einen Beitrag zu leisten zur Verteidigung ihrer Heimat, die das Vertrauen in die Parteien, aber auch in andere gesellschaftliche Organisationen bereits verloren haben. Und aus diesem Grund denke ich, dass wir unseren Kampf auf einem weitaus höheren Niveau führen können und sage jetzt schon mal wirklich ein herzliches Vergeltes Gott für jede Unterstützung. Gottes Segen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020